Nach einer entspannenden Pause geht es endlich weiter mit der NES Remix. Wir starten da, wo wir vorhin auch gehört haben. Das war mit Mario. Die ist mal voll gefuttert, mal gucken ob es jetzt besser wird. Aber es sieht doch schon am Anfang recht gut aus. Soweit sind wir alle schon gekommen. Und zu weit gesprungen. No shit. Zu spät gesprungen. Scheiße. Ja? Ach nee ey. Na das sieht aber schon besser aus. Ich glaube ich habe verstanden wie das jetzt da hinten mit dieser blöden Brücke geht. Sollte also jetzt funktionieren. Ach nein habe ich den Copper getroffen. Shit. Nicht auf die scheiß Plattform springen. Das hat keinen Sinn. Ich mache das später weiter, sonst halte ich mich hier viel zu lange auf. Das wollen wir nicht. Gut. Was machen wir nun? Curvy. Noch weiter. Curvy. 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 Ah gut. Curvy. Curvy. Okay. Als Reifen darfst du nicht mit in die Stadt machen. Das ist gut zu wissen. Nei! Ich komm, ich hab Bamsen. Guck mal, ich brauch die 1-Taste, also die B-Taste gar nicht gedrückt halten. Ach, was. Das fängt schon gar nicht gut an. Nein, geh weg, geh weg! Du Mistding, du! Das gibt's doch nicht. Oh, meine Fresse. Ja, ein neuer Stimpel. Gut, kein Kommentar. Warum auch? Hm. Yes! Und jetzt... Krack-Gruppe sehen. So kann man die Stromfertigkeit machen. Okay. Ah! Schön durchgeflogen. Und dann weg! Verstehst du? Soll ich dich weg? Okay, nächstes Level. Okay, die letzten beiden kriegen wir 440, 537. Ja, läuft! Glück haben, kriegen wir gerade alles durch. Easy. Nein! Präck! Nein! Präg! Ach ja! Ja, du scheiß Flommen werfe doch. Jo, wie ist da noch sein? Rekenburg-Handy! Hm... Die letzten zwei... Agnes Remixes... Part 2. Aber ich glaube es gibt noch einen dritten. Da wird noch ein dritter kommen. Aber schließlich haben wir hier noch ein Feld frei. Ich denke da wird noch was kommen. Na gut, spielen wir... Einfach mal einen... Dieser geilen Levels und... Besiege Bum Bum was? Als unbesiegbarer Peach. Okay, das ist geil. Die Unbesiegbarkeit bringt mir die nicht... Nichts. Nein! Nein! Fuck. Nein! Nein! Ich frage mich immer, wie diese Maulwürfe in diese Dinger ranpassen. Und jetzt kommt der Mega Ultra Mega Remix. Ey, das ist doch unfassbar. Hallo! Ey, Alter! Ey, ich klicke die Permane-Tracks aufs Maul, das hat die Fasern. BAM! Gott sei Dank! Hol den Eis! Okidoki! Hallo? Da ist er ja. Ich frage mich. Ich frage mich. Bis zum nächsten Mal.